Deutsche Drogeriemärkte und Discounter verkaufen Corona-Selbsttests für zu Hause. Dabei wird eine kleine Probe aus dem vorderen Nasenbereich entnommen. Was Sie dabei jedoch zu beachten haben und wie er genau funktioniert, das erklären wir Ihnen jetzt. In der Erpackung finden Sie ein Teststäbchen. An dem Teststäbchen finden Sie oben ein kleines Wattebäuschchen, den Sie sich nachher in die Nase schieben werden. Zudem finden Sie die Testkassette. Auf der Testkassette ist die Aufschrift C&T, die Ihnen nachher verrät, ob Sie Corona-positiv oder negativ sind. Zu guter Letzt haben Sie noch ein Plastikröhrchen mit einer kleinen Flüssigkeit darin, wo Sie nachher das Teststäbchen einführen. Nun nehmen Sie sich das Teststäbchen und führen es sich in die Nase ein. Wichtig ist dabei, es tief genug einzuführen, aber es sollte auf keinen Fall wehtun. Nachdem Sie das Teststäbchen fünfmal pro Seite gedreht haben, führen Sie es nun in das Plastikröhrchen ein. Wichtig, jetzt den Timer für 30 Sekunden starten. Nun ist es wichtig, dass Sie in der Flüssigkeit das Teststäbchen herumführen. So, die 30 Sekunden sind vorbei. Nun ist es wichtig, dass wir das Teststäbchen wirklich richtig ausfringen. Das heißt, das Plastikröhrchen zusammendrücken und nochmal die letzte Flüssigkeit aus dem Wattebausch herausdrücken. Nun setzen wir den Pipettenkopf auf und führen ihn auf das Plastikröhrchen. Was nun folgt, wir nehmen die Flüssigkeit und tropfen dreimal auf die Kassette. So, die 15 Minuten sind vorbei und laut Bundesgesundheitsministerium bestünde für mich nun keine Gefahr. Denn der rote Balken am C verrät mir, dass ich nicht etwa Corona-positiv bin, sondern im Gegenteil negativ. Sollte jedoch beim T nur ein leicht roter Balken oder ein intensiv roter Balken erscheinen, ist Vorsicht geboten. Dann sollte ich mich dringend in häusliche Quarantäne begeben. Anschließend sollten Sie Ihren Hausarzt oder Ihre Hausärztin kontaktieren oder die 116 117 anrufen. นะ. Schuss. Schuss.